Ihr könnt euch streiten. Bei mir ist Minus zum Beispiel auch komplett mute und wenn ich eine Koordinate eintrage, dann höre ich ihn teilweise halt nicht. Dann ist das halt so. Ja, aber wenn ich programmiere und mich über Programmiersachen mit anderen Leuten unterhalte, ich rede ja nicht 24-7 nur mit euch, ist das teilweise schlecht. Und ich möchte nicht dauerhaft mir meine Mute-Tasten-Kombination umlegen. Ähm, ich mache mich bedenkt, aber wie gesagt, Videos löst es mir. Hauptsache, ich habe keine Aufnahmepflicht, wenn irgendeine Schöne-Gorange ist, du vorliegen. Ähm, Eike, wo bist du? Könntest du dich dann auch muten? Ohohohohoho, das war eine Kampfeinsage. Äh, ich bin immer noch da, wo ich vorher war. Ja, ich muss doch... Nur ohne Schaufel mittlerweile. Äh, Eike, ich muss mich doch ein bisschen verzeidigen. Ja, ja, mach ruhig. Das hat ja nichts mit Verteidigung zu tun, das ist ja beleidigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, das ist jetzt Ansichtssache. Ähm, Eike? Ja, hier anwesend. Machen wir einen Tausch Schaufel gegen Picke? Würdest du mich verarschen? Ich habe keine... Büß sich ja zwei Dias ein. Nein, nur für das Ausleihen jetzt kurz. Ich habe keine Dias mehr. Die hat Jasmine genommen. Hä? Äh, du hast da oben noch 39 Dias drin. Lass dich nicht beklauen. Lass dich nicht beklauen. Ich habe da noch eine Kiste reingekommen. Aha. Dago. Ja, aber 39 Dias reichen nicht für das, was ich vorab schaffst. Was hast du vor? Ja. Mir eine Dia-Rüstung zurücklegen, die ich dann auf Netterite verzaubern will. Da reichen sogar 32 Dias. Und... Ja, genau. Und dann geht es ja weiter. Dasselbe mit allen Werkzeugen. Eins, zwei... Die Werkzeuge mache ich schon im Nachhinein immer. Mach erstmal die Rüstung. Die komplett zu verzaubern ist schon schwer genug. Ne, ich will jetzt auch nicht verzaubern. Ich will nur die Dias aus der Mine holen, bevor ich den Trott vergesse. 19, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 18, 19... Weil ich kenne mich, ab morgen habe ich das dann vergessen. Justin? Ja, ich bin noch da. Aber du bist geläftet. Ich komme gleich mit runter. Ich gebe meine... Ich bin froh, dass ich eine Glückpicker habe. Ich gebe die nie aus der Hand. Hättest du noch eine zweite? Wäre das was anderes? Das ist mir bewusst, dass ich geläftet bin. Da ich jetzt auch leid... Meine Schwester wollte mit mir um 21 Uhr einen Film köken. In Anführungsstrichen ein Film. Arsch. Arsch. Das sind Geschwister. Und? Ich muss mich jetzt auch nochmal... Irgendwie muss ich auch nochmal was gegen Alp überlegen. Da fällt mir jetzt nichts passendes ein. Immer macht, immer macht. Ich weiß ja, wie es bei euch gemeint ist. So wie ihr es sagt. Ohohoho. Kann man eigentlich irgendwas sinnvolles aus Seeds machen? Ja. Bohnen hier. Das kriegt man aber nicht automatisiert, oder? Doch. Doch. Hopper drunter und drauf. Kiste dazu. Und unter... Ja genau. Hopper... Kiste... Erst Kiste, dann Hopper, dann Komposter, dann Hopper und dann Kiste. Gut. Noch was sinnvolles, weil Bohnen bekippt man ja auch in der Skalate Farm. Ähm. Aber sonst... Farbe herstellen. Ne, geht nicht. Doch. Bohnen Meal in dein Crafting Slot und du hast ne weiße Farbe. Nein. Achso. Seeds. Ähm. Nö. Hühner füttern. Ist. Ne sonst nichts. Das fällt mir auch nichts ein. Kann man halt auch nicht verbrennen. Nein. Du kannst gar nichts machen. Entweder kompostieren oder Hühner füttern. Oder Weizen halt anpflanzen. Oder traden, wenn das geht. Nein. Da hab ich noch nie einen Winninger mit Samen gesehen. Äh... Wie ist das Trend? Ich wiss gar nie. Hab ich noch nie gesehen. Das sieht scheiße aus. Wenn ein... Ja, allgewicht erreicht. Sieht scheiße aus, wenn ein Manager, äh... Sieht's. Spätet. Ja, aber... Hm. Wir holen uns ja hier sowieso irgendwann, äh... Villagers Dorf. Mhm. Dann wärmer das ja... Können wir das ja alles gut herausfinden, ne? Hm. So, aber... Ich muss jetzt auch leider gehen. Bis dann. Ciao, ciao. Bis die Tage. Tschü, tschü. Tschü. so ein zwei drei vier fünf sechs sieben in der schule wird geschrieben in der schule wird gelacht denn der tag hat ins bett gemacht oder auch nicht sagte er und pieselte heimlich ins bett ach nee du pieselst ja immer in die flaschen stimmt wenn du eine flasche aufmachen die aus ins glas eingießt das hört sich an als ob du in die flasche macht ins glas wenn überhaupt dann halt ins glas wenn du nicht in der aufnahme wärst hätte ich ein gutes gegenargument aber das sage ich jetzt nicht was wegen meinem armen problem nein wie gesagt da bin ich wirklich nicht dann kannst du grad setzen und es reicht schon aus dass ich immer wenn der julia aus dem haus klingelt cut setzen muss tut er doch nicht mehr oder hat das heute auch gemacht der ne also das erwähnt würde ich ja durchdrehen der heute wieder geklingelt das 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 2 und 2 1 2 3 4 1 4 5 5 4 5 5 5 5 5 7 5 6 5 3 3 5 Stimmt, könnte ich eigentlich ins Niedriger bauen. Gesehen davon, ich will dich nicht kritisieren, aber ist der Platz ja nicht. So viel größer ist ja nicht, den die Kühe ja dann haben. Doch, das ist weitaus mehr als jetzt zu haben. Das Dreifache vielleicht nur. Ja und, reicht doch aus. Ja, aber so sehen die Kühe ja schon geengt aus. Und das ist ja nicht die Maximalzahl, die man haben will. Aber gar... Ach, das reicht aus. Die können hier ins Haus, die können raus aus dem Haus. Und ich brauche Holzstämme. Tatsäck'n ich so manchmal Mini-Ruckler, wenn's abgebaut wird. Ersthaft? Hm. Ich nicht. Dann machst du irgendwas falsch. Dann machst du irgendwas falsch. Und... Übrigens, du hast ein bisschen Räderkraft irgendwann gemeint. Ich könnte ja einfach diese abgerindelten Dinger verkaufen. Hm. Das ging ja nicht und dann hast du vorgeschlagen, dass du es mit Brettern machen soll. Bretter könntest du auch nicht verkaufen. Echt nicht? Nee. Null Stämme, Sticks, Leaves und Sächslinge. Man, sind die hinter mir jetzt noch richtig... Dann musst du das mal ins Vorschlag bringen. Hm. Könnte ich, wenn ich die Lust hätte. So. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ähhhhh... Die geht weg. Oh, es wird schon wieder Nacht. Ja, es wird Nacht. Hm. Eichs Freude ist sinnhaft spürbar. Ja, wobei Phantome durften eigentlich nicht auftauchen. Nee. Aber du bist auf einer freien Fläche. Es kommen genug andere Monds. Dann renne ich ins Haus rein. Hm. Ja, gut. Ja, gut. Kommen sie trotzdem rein. Hier sind nicht mal Fenster drin. So, reicht aus. Da spawnt dort oben wenigstens nix. Ach nee, warte mal. Das ist oberhalb von dem Block. Scheiße. Egal. Ist ja nur für die Kühe. Für mehr nicht. Was ist Quick Charge 1? Weißt du das? Ähh... Ich glaub das ist irgendwas für die Armbrust. Wo es für mich nicht alles täuscht. Egal. Brauch's nicht. Einfach... Wenn ich 30 Level hätte. Einfach, wenn du die Verzauberung hast, aufheben. Und dann wird man es irgendwann herausfinden. Wo man es drauf machen kann. Wenn es auf einem Buch ist zum Beispiel. Ja, ich hab keine 30 Level. Ich auch nicht. Okay. So... So... Ernsthaft? Das reicht nett aus. Oh man, 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 man. Hier hab ich das. Und hier hab ich das. Und jetzt regnet es natürlich auch noch draußen. Was kann man anders erwarten? Nichts. Ich hab keine Lampen mehr. Lol. Ich bin kurz auf Klo. Ja. Acht. 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 Genau. Guck mal. Das ist mich verarschisch. Tschüss. Die Schicksal ist hier. Du bist der Schweizer 움직 Fernů slate. Du musst." Geht wie wieder da. Irgendwo sich του er clue. Das geht wieder da. Draußen wird mir geknallt, warum auch immer. Mit Böllern? Oder was? Weiß ich nicht, die Jalousien ist zu, ich sehe es nicht. Wieso? Da eins, da eins, da eins, da eins. Brauche ich noch eins, zwei, nochmal vier Stück. Stehst du schon wieder afk-angeln? Ja, ich warte ja. Und ehrlich gesagt, warte ja auch bis die Nacht vorbei ist. Oh wow, wir könnten schlafen gehen, Darko. Ich hab dich gefragt, wir können gar nicht mehr unterbrechen. Ja, dann mach ich, lieg schon. Also... Wie gesagt, dafür war die afk-angelfarm nicht gedacht. Wenn ich Timelapse-Videos aufnehme, okay. Dann könnt ihr euch die zwei, drei Stunden da gerne einstellen. Aber wenn wir jetzt so in normalen Folgen sind und was zu tun haben, dann nicht. Weil ich bin dann der, der am Ende doof dasteht, der kaum was hat. Während ihr alle dann schon OP-Rüstung habt. Ja klar, aber wenn ich jetzt halt so auf dich warte, kann ich halt abgesehen vom Schlafen jetzt nicht viel machen. Tunnel weiterbauen. Geht nicht. Du könntest Türen in der Mine setzen in jedem, äh, in jeder Abzweigung. Vom Hauptgang. Es gibt genug zu tun. Kann ich noch. Du kannst dir auch ein Bauprojekt vornehmen. Einen Leuchtturm oder sowas, was du an die Küste setzen tust. Und damit es dann in die Luft gehört wird? Toll. Wie? Ne. Ich hab da hinten schon eine Fläche geebnet. Dort wollte ich eigentlich ihn hinbauen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass du ihn bauen willst. Eins, zwei, drei. Ja, aber... Du kennst mich. Der besteht nicht lange. Entweder, weil ich ihn selbst hässlich finde oder... Bei jedem was anderen hässlich finde. Drei. Ja, warum? Was machst du denn? Du verbaust rote, weiße Blöcke. Oben eine Glaskuppel. Fertig. Da kannst du nichts hässlich dran finden. Suchst du dir ein Bild im Internet raus? Das ist alles ganz easy peasy. Seeds da rein. Sapling da rein. Apfel da rein. Das Brot hier runter. Eisendinger da hin. So, meine lieben Kühe. Ihr dürft gleich umziehen. Ähm... Nächstes Problem. Ich glaub, du hast... Ähm... Die Dingspumpstüren verwendet, oder? Die Fichten heute. Äh... Oder? Oogus, ja. Ach, Oak. Mit Fichte. Okay. Dann passt alles. Ich hab auch noch, glaub in irgendeiner Kiste, paar und 40 Stück. Also... Oh Gott, dann nehm ich erstmal die. Wollen ja nichts verschwenden. Ich weiß, wo da die Hühner sind. Die stehen auf dem Bienendach. Ne, das müssen dann andere sein, weil die sind dort nicht rausgekommen. Ja, ich weiß, dass es andere sind, aber... Ähm... Wo waren die Türen? Hier, also 47 Stück. Boah, wieso sind die tausende Creeper? Lass du doch einfach explodieren, passiert nix. So ein Level. Ähm... Da... Kommt's dann runter? Ja, ich mach nur noch die, äh, Kühe jetzt. Ne, ich mein nur, dann brauch ich nicht wieder rufen lassen. Und... Meine Armee. Eine Armee voller Kühe. Es gibt bestimmt ein geiles Bild ab. Ähm... 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 Kommt ihr jetzt auch mal hier rein? Ihr Arschgeigen? Ist ja zu blöd, einen Block hochzuspringen. Du scheiß fucking Skelett, ey! Weißt du, warum ich noch keine Türen gesetzt hab, weil's noch keine Gänge gibt? Dann... Äh... Weißt du doch, alle zwei... Äh... Stimmt, du scheiß Kuh! Stimmt, du scheiß Kuh! Die sind zu blöde, da ins Gehege zu rennen! Mh... 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 So... Also ich sag nur so, derjenige, der sich geärgert... Oder... Wird sich jetzt richtig ärgern. Und da ich weiß, wer das war, ist es Justin, der sich tierisch ärgert. Riech! Warum? Was hat er dann gemacht? Ähm... Er baut immer nur einen Block rein. Und ich mach immer jetzt noch den zweiten unten. Und unten waren dann noch Smaragdor oder besser gesagt der eine. Ja... Deswegen... Ey, du machst ja noch was ganz anderes. Ja, ich betreibe richtiges Strip-Mining. Ja, richtig... Nee, du machst ja nur diesen Dreigang hoch und gräbst dich nur in eine Richtung. Jaaa... Und dann irgendwann, wenn ich keinen Bock mehr hab, äh... Grabe ich mich drei zur Seite und äh... Grabe zurück. Sodass ich zwei Gänge gleichzeitig mache. Ja, aber du machst kein Strip-Mining. Oder? Du machst nicht die Seitengänge, die ganz normalen. Doch! Ich grabe mir... Also ähm... Bei... Gehen wir jetzt mal von Endercraft aus. Ich grabe mich runter. Grabe mich straight in eine Richtung. Gehe zurück. Dann grabe ich mich äh... Dort wo ich mich runtergegraben habe. Angenommen nach links. Ungefähr 100 Blöcke. Dann grabe ich zwei nach rechts. Grabe wieder 100 Blöcke nach rechts. Bin ich wieder in meinem ersten Gang. Sodass ich zwei seitliche Strip-Mining-Gänge gemacht habe. Verstehst du? Ja, aber das sind ja keine... Ich verstehe dich schon. Ich weiß auch wie du das machst. Aber Strip-Mining hat ja wirklich diese eine Bezeichnung Strip-Mining. Und das ist wirklich äh... Eine Richtung graben. Und dann zwei Blöcke auf vierter Seite. Feilers. Loch bauen. Zwei Feilers. Loch bauen. Ach, das ist... Das nennt man Strip-Mining. Das hat wirklich so ne feste Bezeichnung. Ne, also für mich ist Strip-Mining wirklich... Zwei frei. Den nächsten Gang angenommen. Tausend Blöcke. Dann wieder zwei frei. Wieder tausend Blöcke. So was ist Strip-Mining. So habe ich das auch damals auf dem allerersten Server gelernt. Wo ich äh... Wirklich aktiv gespielt hatte. In der 1.7. Das wäre ja auch Strip-Mining. Naja, und so mache ich das ja bei mir auch. Ich kann es dir gleich zeigen. Ich komme jetzt so runter. Das mache ich jetzt noch in der Folge. Wenn es schon 22 Minuten geht. Was nur nicht die ältere Version. Die heutzutage angewandte ist halt ein bisschen anders. Aber das macht wie gesagt... Die sieht scheiße aus. Bin ich ganz ehrlich. Ja, sie... Natürlich sieht sie scheiße aus. Aber sie ist halt... Ähm... Strip-Mining soll ja auch nicht schön aussehen. Es soll ja effektiv sein. Du hast gesagt, du bist unten, ja? Ja. Oh. Ich komme jetzt. Ja, das hat hier... Das ist ja auch nicht scheiße. Du kannst noch mal zurücklaufen. Hier irgendwo war ja der... Ja, ja. Nee, passt. Komm mal her. Hier war der. Ja, komm mal her. So geht das bei mir. Ich mache halt hier ganz normal jetzt diesen mittleren Weg, ja? Ja. Angenommen 100 Blöcke so. Dann gehe ich wieder nach vorne. Dann grabe ich mich rein. Auch wieder 3 hoch. Und die halt unendlich lange so wieder. Ja, dann grabe ich mich irgendwann 3 zur Seite. Und grabe mich dann beim nächsten so zurück, dass ich wieder in meinen Hauptgang komme. Das ist für mich Strip-Mining. Ja, genau. Und die normale... Oder... Was heißt normale? Jede hat eine andere. Ja, die Kindergartenversion ist dann nach links und rechts jeweils mittlerer Block immer. Ja, das ist... Das ist halt die effektivste. Und sie sieht halt auch hässlichste aus. Das weiß ich auch. Aber... So, hier dein Emerald. So, wo sind die Dias? Äh... Muss ich bestimmt wieder bis zum Arsch der Karte rennen. Nö, soweit hab ich mich noch gar nicht reingekommen. Hier, genauso. Du sollst damit opfern, Darko. Zwei weiter wird dann der nächste Gang gemacht. Außerdem, wer sagt, dass wir deine Variante überhaupt verwenden? Ich. Wie viel willst du haben? Wie viel hast du bekommen? Sag, wie viel du willst. Alle. Nein, du kickst natürlich wieder weg. Okay, zwei hab ich behalten. Hallo. So. Hier kann ich dir zeigen. Da, eins, zwei. Ich muss auf meine Reparaturkosten kommen. Hier, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Eins, zwei, drei, vier. Von denen kriegst du... Von denen kriegst du von mir aus alle. Ja, aber ich meine, dass du so viele da rauskommst. Wenn... Ja. Krass. Und nur einer. Es kann sein, dass unter dem Ehen vielleicht schräg drunter oder so noch ein Block war. Warte, werden wir gleich sehen. Arsch. Nö. Die spawnen immer nur eins sind. Außer auf Eldercraft. Echt jetzt? Ja. Was muss? Das muss. Hier weißt du hoffentlich, dass Glas gesetzt werden muss, oder? Also hier so... Ja, ja. Abgesehen davon. Ja, das ist... Guck, weil wir uns hier irgendwie verbaut hatten weiter vorne. Ich... Keine Ahnung, was da... Hä? Das sieht ja jetzt so total grottenkacke aus. Wir hatten hier... Das... Oh, Dark, du hast nicht nachgezählt, als du deine Gänge gemacht hast. Kann das sein? Das sind nämlich deine Gänge hier. Das sind meine Gänge, ja. Ich hab wahrscheinlich auch nicht nachgezählt. Warte, warte, warte. Eins, zwei, drei, 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 drei. Eins, zwei. Hier reinkramen. Eins, zwei. Das können wir ja einfach zubauen, dort. So... Ja, du musst jetzt nicht alles zubauen. So, fertig. Das gleiche machst du dann hier, aber auf der anderen Seite auch nochmal so, ne? Ja. Ja, das können wir hier ordentlich machen. Aber ich frag mich auch, wie das hier passiert ist, dass hier auf einmal drei dazwischen frei sind. Also, drei nicht. Ich weiß, dass das hier war, weil ich mich, weil ich CO2 bis ans Ende gefolgt bin und da mich reingegangen habe. Ja, deswegen, ich frag mich echt, wie das zustande gekommen ist. Das ist ja... Das hat irgendwann halt nicht drauf gepostet. Hier war auch ein Darko am Werk. Zwei hoch, links und rechts wieder reingebuddelt. Ei, ei, ei. Das ist halt die, die ich... Die hab ich immer schon angewendet und werde ich auch immer anwenden. Ja, aber das ist sinnlos, wenn du zwei daneben schon wieder den nächsten Gang hast. Da brauchst du dich nicht nach links und rechts graben. Das ist sinnlos dann. Ja, runter zu funktioniert, zu hoch zu werden, das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, läuft, funktioniert alles und es ist wieder nachts und es ist wieder nachts. Schön, schön, schön. Kühe fühlen sich auch wohl. Ich muss nur daran denken, sie lieber zu vermehren. Ach, es waren nur vier oder fünf Stück, die ich geklatscht habe. Oh, das waren nicht so viele. Ähm, Level noch schnell hier unten rein, so. Da haben wir wieder fünf Level, sehr schön. Oh, noch ein Level, dann kann ich auf Level 30 verzaubern. So. Rockstar dancer till I drop. My love is as hard if my hope is the club. My stage is the dance, your party never... ... ... ... ...